Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, wir haben es geschafft. Und ich bin etwas genervt, weil ich nichts habe. Ressourcen sind knapp, ja. Schwarzmarkt, alles klar, aber wenn man keine Kohle hat, alles klar. Ich bin sicher, die Sprüche sind weit und weit auf diese Lande. Der Meer, auf der andere Seite, kann man die Werte von vielen Geheimen unterstützen. Arthur, es gibt etwas, was du wissen musst. Das wird als ein kompletter Schock für dich. Es waren Ruhig, über dein Vater, die circulieren. Ruhigigigigigigigigig. Um, rumors, du wirst nicht glauben. Toussaint, bitte, es sind. Ihr Vater, Adam, ist nicht dein Vater. Und was von meiner Mutter? Sie hat dich verletzt, aber von einem anderen Mann. Sie wissen, wie Ihr Vater hat so viel Geld bekommen? Jedes Monat, während ich an der Lion's Main Bank arbeite, ich habe Adam gesehen, von einem Anonymous source bekommen. Wahrscheinlich, die Person, die die Geld verdienen würde, geben würde eine Art Art Begriff. Alas, kein Emblem von Familie zu finden. Nur die Bank-Owner wusste diese Arrangements. Sehr peculiar, wenn Sie mich fragen. No Name, oder Transaktion, was ever recorded. Es ist, als ob ein Ghost direkt die Bank-Owner in Ihr Vater's Account zu ziehen. Diese Person, diese Person, muss sie haben Tremendous Power und Influence. Natürlich, andere Bank-Members haben ihre Sorgen. Sie wissen, was etwas Schadier passiert, aber... zu welchen Art? Wer weiß. Also... Wie ist das hier zurückgezogen mit Ihrer Familie? Well... Beside schoddy Banking-Practices, das Geld verhindert, ein paar Monate später zu Ihrer Familie's... eh... Unforeseen... circumstances? Adam... Adam... Not happy with his funds drying up, visited the Bank, screaming and causing a scene. The Bank-Owner whisked Adam away into his office. Since I'm a curious soul, I decided to follow him. I decided to follow him. Most of the conversations muffled. But Adam's volume would spike, making some comments become just clear enough. If Adam did not receive what was owed to him, he threatened to expose the truth to the rest of the world. He did not fear the consequences. Something strange was occurring. A few days prior to your family's murder, the Bank decided to freeze Adam's account. It seemed odd. So... I decided to sneak into the Bank-Owner's office, thinking that perhaps I could shed some light on this matter. I found a letter, revealing that in a couple of days all will be fine, and this problem will no longer exist. The letter also instructed the freeze of all assets pertaining to you-know-who as arrangements are underway. This was not just financial instructions to cease business, but a dreaded prediction. Well, at that time, I didn't know the meaning of what I'd read, but I knew nothing good could come of it. Yeah, very, very interesting. Sorry, Leute, ich musste gerade nicht lesen. Aber, ne, machen wir weiter. Ich hoffe nicht, dass ich es jetzt... Wow, wir haben nix. Wir haben nix. Wir haben nix. Das bastard. Alles klar. Geht, den kann man wegjagen. Müssen wir mal was vorsichtig sein. Ich hab hier eh nix. Da sind bestimmt wieder Feinde rum. Und unten bin ich auch. Ja. Ja, ich wusste das doch. Alles klar. Kann man hier nicht fliehen? Nein. Wollen wir mal hier rein. Überall. Wollen wir mal hier rein? Das Luft kommt von drüben der Statue? Ich frage mich, was da drin ist. Ich schreibe ihn in den Gallen. Alter Schwede. Ich bin gleich tot. Alles klar. Okay. Erstmal. Erstmal. Erstmal verstecken. Kann ich mich da wenigstens heilen? Nee, ne? Könnt ihr auch mal gehen? Könnt ihr auch mal gehen? Ich hab mich gerade so am verrecken. Kannst du wieder runter gehen? Danke. Denkt er jetzt fest oder was? Okay. So, da sind die zwei. Da haben wir wieder ein bisschen Kohle. Nein, 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 nein. Wer soll mich nicht sehen? Denkt auch noch einer. Fuck. Denkt auch noch einer. Fuck. So skeptisch wegen dem Blut. Ja, geh doch weg. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich komme dir hinterher. ich bin zurück. Hallo. Wie weiter? das ist immer noch ein blutfleck kommt jetzt wieder zurück noch kaum noch weitermachen wir wieder zurück tage auf dem platz seiten ja genau danke wie weiter jetzt immer noch da hier ist doch keiner wie weiter immer langsam auf den senkel must have been a rat Danke. Geht ja mir wenigstens nicht auf den Senkel. Ach ne, da steht auch einer. Oha, wie soll ich da vorbeikommen? Ich muss mal da nach oben. Jetzt frage wie lange der hier schläft. Ich hab nix. Okay, wir müssen laufen. Kommt mal gar nix. Jetzt sterbe ich gleich, alles klar. Ja, Bruststoff. Hm, das wird ein bisschen sehr, sehr anstrengend. Oh, gerne mit. Ob sie mich nicht entdeckt haben. Jetzt kann ich nicht nehmen. Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier weiterkommen. Na komm, danke. Kommt man, kannst du nicht einfach mal knapp machen. Nein, geht auch nicht. Hallo. Hallo. Ja, ist klar. Hallo, jetzt häng ich auch fest. Geht's da nicht. 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 Lies playing tricks on me. Oh, get out of the water. I guess it was nothing. You won't get away. Ah, okay. You're a dead man. No mercy for you. Hallo. Was ist das so ätzend? Oh. 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 Oh! ein gold zu mal gucken wie stecken vorbeikommen ich bin schon wieder am bluten mal gucken wie wir an denen da vorbeikommen wie witz ich mich damit nicht blüht 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 ich habe glaube ich nix was herzustellen was denn dafür und schlaf ich habe doch neun stück so geht das nicht was für spitzen branchen dafür lady vorbehrer keep me warm tonight wieso läuft er nicht ich bin am bluten die weg los dachkisch must have been a rat Ja. das wird jetzt nicht die tür zu machen haben wir hier was muss sein nämlich sehr nice und wieder nichts zu heilen wir können hier speichern hier reingucken ist nix ach so ich bin auch direkt wieder voll aber ich würde sagen dann ist die folge hier vorbei wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen und wir sehen uns in der nächsten folge